Hallo liebe Leute, da sind wir wieder bei Conquest of the New World mit das Schiff hier und willkommen zurück bei Conquest of the New World. Wir machen Sachen und zwar machen wir unter anderem jetzt. Ich weiß gar nicht mehr was wir machen wollten. Die Indianer haben wir tot gemacht. Ach genau wir wollten hier auf die große Erkundung gehen mit dem coolen Schiff. Was ist da schon drin? Genau der Typ, der Typ, der Typ. Alles gut. Da passt auch noch jemand rein locker. So und ich finde Sgt. Pommelsbrude kriegt noch ein paar Soldaten dazu. Dem bauen wir noch mal kurz was hier. Und in der nächsten Runde geht es dann los. Da kriegt er noch eine Kavallerie mit und da kriegt er noch mal eine Infanterie mit. Und hier kriegt er auch noch mal eine Infanterie mit. Alles Level 4. Beste was wir haben. Und, äh, ja. Oh nö, nö, das bleibt jetzt mal da. Hier noch was tolles Bauen. Oh ja, ganz viel. Dann bauen wir doch lieber aus, denn ausbauen ist immer besser als neu bauen. Und zwar, weiß ich gar nicht. Brauchen wir denn so viel hier? Lololololol. Nö, ja, nö. Nö. Ach genau, das können wir mal gucken. Wie sieht es denn aus mit der Population? Genug Arbeit haben wir, genug Leute haben wir. Aber mehr Häuser könnten wir gebrauchen. Tatsächlich. So sehen die aus, wenn die ausklaufen. Die Kirche. Gehe ich noch weiter. Hm. Bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn sie fertig ist. Die Kirche auf Überlevel. Da kann man ein Überlevel Haus nehmen. Und, ja, nächste Runde. Huch. 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 Die Franzosen greifen uns an. Diese Säcke. Was geht denn da bei denen? Seit wann sind wir mit denen verfeindet? Seit wann sind wir mit den Franzosen verfeindet? Das ist ja mal eine Brechheit hier. Seit wann sind wir mit den Franzosen verfeindet? Das überrascht mich jetzt gerade sehr. Da bin ich auch gar nicht so vorbereitet, wie ihr seht. Ne, Lopp ist doch so die neue Stadt. Die soll jetzt nicht kaputt gehen. Das ist eine der neuen Städte. Drei Attacken aufs Maul. Nein, 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 nein. Einhalten. Was geht denn hier ab gerade? Boah, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Was soll ich denn da groß machen? Das ist eine Katastrophe. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, komm. Kannst du das rüber? Ne. Das ist doch jetzt schon verloren. Boah, eine Kanone hat getroffen. Krass. Da haben wir. Gut. Nächster Auftrag. Die Franzosen absolut in Grund und Boden tot machen. Was, die Portugiesen jetzt auch? Was zur Hölle ist denn hier los? Wieso sind die plötzlich alle? Man muss echter groß machen hier. Was? Wieso greifen jetzt alle an? Das verstehe ich jetzt nicht. Tatsächlich. Und warum man uns... Äh. Wenn wir jetzt die Städte verloren... Was ist das jetzt? Nein. Nein. Rache. Das ist bloß. Also das sehe ich jetzt nicht ein. Das ist eine ähm... Also äh... Das ist äh nicht so geil gerade, aber wir wissen die Gruppen sind alle richtig klein von denen, vielleicht können ja dieser Kados durchschicken und der soll die ganze Zeit mit so einem Haken, das sind da erspart meine Wegen. Dann bauen wir hier nochmal neu, gucken, was fehlt uns denn da. Wir brauchen hier noch mehr vor, wir brauchen hier noch mehr vor, hier eins, noch eins, das kann schon bevor irgendwo hin passen, ich bin sauer, wir haben unsere schönen Städte platt gemacht. Ich glaub wir müssen noch mal ne Farm abreißen, ich war in der Level 1 wo, 1, 2 und so ne Farm abreißen, so. So, Sir Carlos. Raus da. Und ihr. Hm, komisch. Abschießen, ja, abschießen. Auf jeden Fall abschießen. Sir Quagui, wer ist denn das? Für uns dann, Sir Quagui ist Frankreich. Der ist mit uns gerade nicht mehr frucht. Egal, komm nicht mal. Von Portugal, hier unten. Der kleine, hässliche... Komm, dann machen wir dann die Jong-Bong-Bong. Da ist ich für den Angreifen-Kopf, ey. Ach egal, komm. Das lassen wir erstmal. Ist ja unerhört. Hier bauen wir mal ein paar Häuser aus. Dann bauen wir hier mal eine Farm aus. Und hier mal eine Farm bauen wir aus. Und das Ding hier können wir gerade nicht ausbauen. Schade, aber ich bin sauer gerade. Ich bin gerade so. Diese unverfrorenen Riefer. Das ist ja... Die Folge ist auch schon bald vorbei. Bei der nächsten, ganz ehrlich, da zeigen wir dir eine Hake, du. Ja, 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 das Krieg mit Don George, ey. Was ist denn da hin, dieser kleine, hässliche Fruchtabstark? Was ist denn da hin, dieser kleine, hässliche Fruchtabstark? Ja, das ist ja gar nicht in der Hake, du meinst, der wird kaputt hier. So, so geht das. So geht das. Cooles Schiff. Erstmal hierhin. Nein, nicht da hin. Hierhin, so. Ey, ist ja unglaublich. Oh, nee, wir eigentlich sind vor allem in Portugal angreifen. Gottemalt. Ich glaube, wir müssen dem noch Manieren beidringen hier. So geht man nichts mit einem Bacon um. So, da brauchen wir nachher in Stadt hin. So, ihr Franzosen, ihr. Wir haben jetzt aber relativ gute Truppen. Ich hoffe mal, das wird was, sonst wird das echt peinlich. Ja, Zweier, Zweier. Das ist ein bisschen besser auf jeden Fall. So. Na, ist jetzt gut. Zwei, drei, vier, fünf. So. Aber auch nur so. Mensch, es wäre richtig gut, wenn die so ausgebildet sind. Hier, ein Sechser. Bam. Na, jetzt wird es mal langsam eng für euch hier. Das geht's malasser. Das gehe ist mir wieder. so kein rückzug hier stillgehalten ihr truppen gar nicht nütz so macht ihr denn da so auch da und auf da und auf da greift mich nie wieder an so auf diesen sieg beenden wir auch die runde ich hoffe ihr hattet spaß an dieser kleinen rache schlacht ja bis zur nächsten runde also bis zur nächsten folge so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017